Ich bin jung, doch ich weiß, was ich will Kinder und Jugendliche sind von klein auf Bewertungen durch Erwachsene, beispielsweise in Form von Zeugnissen, ausgesetzt. Um den Spieß einmal umzudrehen, benoten die Jugendlichen in diesem Projekt ihre Stadt, anstatt selbst bewertet zu werden. Hierfür wurden Bewertungskriterien, also quasi die Fächer erarbeitet und sich anschließend in lebhaften Diskussionen auf konkrete Schulnoten geeinigt. Dies beschrieb den Ist-Zustand. Daraufhin formulierten die Jugendlichen konstruktive Verbesserungsvorschläge für die Bereiche, in denen die jeweilige Stadt schlecht benotet wurde. Daraus entstand eine Art Entwicklungsbericht und ein Zeugnis, welche die Perspektiven der Jugendlichen auf ihre Städte abbilden. Die Dokumente können an Lokalpolitikerinnen und Politiker weitergeleitet werden, um die Sicht der Jugend zu vermitteln und aufzuzeigen, wo Entwicklungspotenziale gesehen werden. Ich bin jung, doch ich weiß, was ich will. In Völklingen sowie in der Saarbrücker Innenstadt werden öffentliche Orte von Jugendlichen anhand von Ampelmenschen als positiv oder negativ bewertet. Hierfür wurden jeweils 2 1 40 große Ampelmenschen in Rot und Grün gebaut. Diese Aktion wird fotografisch begleitet und in einem Instagram-Account namens place4us-66 veröffentlicht. Die Jugendlichen haben so die Möglichkeit, ihre Meinung zu vertreten, ohne hierbei persönlich sichtbar zu werden. Hierdurch soll die Öffentlichkeit im Sozialraum erreicht werden und für die Belange ihrer jugendlichen Einwohner sensibilisiert werden. Dies geschieht, indem sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte der jeweiligen Orte markiert werden. In dem Projekt World for Youth haben Jugendliche sich zusammengefunden, um wie bei einem Wahlkampf der Öffentlichkeit ihre Themen aufzuzeigen. Themen, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschäftigen, sind beispielsweise der ÖPNV. Die Jugendlichen haben festgestellt, dass es aus Umweltschutzgründen sinnvoll wäre, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Diese seien allerdings zu teuer. Auch wurde reklamiert, dass Ausbildungsberufe zu gering entlohnt würden. Auch Zukunftschancen und Perspektiven gehören somit zu den Themen, die Jugendliche bewegen. Darauf wollen sie im Rahmen des Projektes mit Merchandise-Produkten und Wahlplakaten visuell aufmerksam machen und selbst zu einem Wandel beitragen. Dahingehend, dass Jugendliche, die noch sehr lange auf dieser Welt verweilen, Selbstverantwortung für ihre Zukunft übernehmen können. Ich bin jung, doch ich weiß, was ich will. Die Create-Your-Hood-Maps sind digitale Karten der Stadtzentren von Saarbrücken und Völklingen. Im Rahmen von Stadtteilbegehungen wurden Fotos von Go-Areas, Plätze im öffentlichen Raum, die von Jugendlichen gerne besucht werden, sowie von No-Go-Areas, also Orte, an denen sich junge Menschen ungern aufhalten oder an denen sie nicht erwünscht sind, gemacht. Diese Fotos werden auf den Karten mit Markierungen verknüpft und entsprechende Erklärungen hinzugefügt. Die Idee ist so, Veränderungsbedarfe in den Stadtteilen zu ermitteln und durch eine Veröffentlichung der Karten Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben. Die Create-Your-Hood-Maps sind beliebig erweiterbar und können somit auch bereits erfolgte Veränderungen erfassen.